Hallo, wir sind Joey Nye, Steven Monzer, John Kleiner, und wir grüßen die Fans aus dem sonnigen Kranz-Gagora, wo wir jetzt schon seit knapp einer Woche sind und noch gut zwei Wochen vor Ort haben. Liebe Grüße an Berlin, nach Berlin, die Bayern-Fans. Ja, also wir verbringen unseren Tag hier mit zweimal Training und wir versuchen halt als junge Spieler natürlich immer alles zu geben und uns durchzukämpfen. Und es ist bis jetzt ziemlich hart gewesen, aber ich glaube nicht, dass es einen Abbruch tun wird und wir versuchen einfach motiviert zu bleiben und so viel zu lernen. Liebe Aller-Fans, wenn wir das durchstehen können, dann sind wir fit für diese Saison. Wir brauchen eure Unterstützung, wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den super Support in der O2-World und wir hoffen, dass ihr auch dieses Jahr wieder zahlreich erscheinen werdet, um es zu unterstützen.